Hi everybody people, Anthony and Daniel, listen, I know, IBF-Title important to you, tell it my present to you on September 21. Guys, Slav Bozovsa, Slav Ukraina. Im Schwergewicht als Geschenk für Anthony Joshua und Daniel Dubois aufgibt, die im September im Wembley Stadium gegeneinander antreten werden. Usyk wurde mit einem überwältigenden Sieg über Fury in Saudi-Arabien im vergangenen Monat zum unangefochtenen Schwergewichts-King. Also er hat alle relevanten Gürtel im Schwergewicht getragen und Fury bekommt jetzt nicht die Chance, beim Rematch all diese Gürtel zurückzugewinnen. Finde ich persönlich scheiße, also muss ich offen kommunizieren, das, finde ich, gehört sich nicht von Usyk Stell. Ich weiß, er hat Druck bekommen, der Verband will diesen Gürtel auch weggeben, wollte den Usyk schon entziehen. Aber wenn ein Fight im Schwergewicht um alle unangefochtenen Gürtel geht, dann sollte das Rematch der beiden, wenn ein Rematch dann stattfinden wird, vor allem bei einem Kampf, der für viele sehr close war, sehr knapp war, dann auch nochmal alle Gürtel beinhalten. Alle Gürtel sollten dann da auch auf dem Spiel stehen, sonst hat Fury ja gar keinen richtigen Anreiz mehr. Was bringt es jetzt, Fury nochmal gegen Usyk zu kämpfen, wenn er dann alle Gürtel außer den IBF-Gürtel hat? Klar könnte man danach Fury gegen Joshua promoten, um alle Gürtel zu vereinen. Ich glaube, das ist auch so das Ziel und deshalb hat Usyk vielleicht jetzt nochmal einen dicken Paycheck hinter den Kulissen bekommen, damit sie danach sagen, ey, wenn Fury dich danach besiegen sollte, kann Fury danach gegen AJ kämpfen. Wenn dieser Daniel Dubois besiegt, der hat dann den IBF-Gürtel und dann kann da dieser Titel vereinigt werden. Dann hätte AJ auch die Chance auf undisputed Status, wenn er dann Fury besiegen sollte. Das wäre halt, wie gesagt, dann eine andere Money-Making-Option für das ganze Boxsystem. So, jetzt hat Usyk in seinem Video gesagt gehabt, Anthony, Daniel, hör zu. Ich weiß, dass der IBF-Titel wichtig ist für euch. Er ist mein Geschenk an euch am 21. September. Der IBF-Verband wollte Usyk diesen Gürtel ja schon sowieso entziehen, wollte diesen Gürtel schon für den Kampf Daniel Dubois und Hürgovic ansetzen. Das Ganze ist nicht passiert. Jetzt haben, wie gesagt, AJ und Daniel Dubois die Chance, um diesen Gürtel zu kämpfen. Und da müsst ihr mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich sage, wie gesagt, Fury wird das Ganze nicht feiern. Die werden aber alle hinter den Kulissen bestimmt irgendwie besänftigt. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May. Ja, schreibt es mir in die Kommentare.